Soweit der letzte Schritt, bevor wir mit der neuen Büchse, meinem Mercury Sport Evo, auf den Stand können zum Einschießen, ist natürlich die Montage des Zielfernrohrs. Das ist eigentlich relativ straightforward, darüber hatte ich ja bereits mal ein Video gemacht. Wir beginnen mit dem entsprechenden Montagering und setzen Sie auf die Picatinny-Schiene auf, drehen Sie mal handwarm ein bisschen bei, denn wir müssen natürlich auch den entsprechenden Abstand zwischen den Ringen festlegen. Wir müssen immer darauf achten, dass wir genug Verstellbereich haben, um das Glas nachher für die Feinjustierung vor- und zurückschieben zu können. Ich setze es jetzt einfach mal nach gutem, das ist noch nicht weit noch auf. So, dann nehmen wir einen entsprechenden Imbusschlüssel. Die Recknagelringe sind mit Imbus an den Ringen. Wenn wir die Oberschale der Ringe von der Unterschale abnehmen, wollen wir immer gucken, dass wir diese Ringe dann am Ende nicht verdrehen. Das heißt, wir wollen, dass die Ringe A immer zu der Unterschale wieder drauf gemacht werden, von der ich sie runtergenommen habe und auch in die richtige Richtung. So, wir packen dann das Zielfernrohr aus, hier wie schon vorgestellt, das Meopta Optica 6 und setzen es auf die Ringe auf. Jetzt ist, wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, ob wir genug Spielraum haben, um das Glas vor uns zurückstellen zu können, um es auf uns individuell einstellen zu können. Das wird ein Pokerspiel. Es kann natürlich auch passieren, dass wir das Glas nochmal komplett runterbauen müssen, um zu sehen, ob die Entfernung passt. Ich kann euch hier aber auch nicht alle Schritte zeigen, weil ich auch hier unten im Keller leider Gottes ein bisschen zu wenig Platz habe, um jetzt zu zeigen, wie jetzt zum Beispiel die Entfernung für einen entsprechend eingestellt wird. So, wir gucken mal, ob das jetzt aber hier für mich einigermaßen passt. Ich gucke, das sieht aber so eigentlich schon fast relativ gut aus. So, haben wir das Glas entsprechend in die Unterschalen gesetzt, nehmen wir jetzt erstmal die Oberschalen, legen diese auf, die Unterschale auf und drehen vorsichtig die Schrauben etwas an. Wir wollen beim Montieren immer gucken, dass der Spalt links und rechts zwischen Ober- und Unterschale gleich ist. Wir brauchen hier Gleichmäßigkeit. Wir müssen hier schon präzise arbeiten. Wir wollen auch nicht mit Gewalt arbeiten. Wir gucken immer, dass wir hier nicht irgendwie die Gewinde beschädigen. Also, macht ruhig ein bisschen langsam, ein bisschen behutsam. Lieber etwas den Gang runtergefahren, als hinterher irgendetwas beschädigt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, A, sind wir in der senkrechten? B, wie ist denn der Augenabstand? Ich muss gucken, ob ich dazu nochmal ein separates Video mache. Hier geht es jetzt erstmal rein um das Thema der Glasmontage. So, wir wollen jetzt gucken, dass wir hier in der senkrechten sind. Das sieht aber soweit schon mal eigentlich. Perfekt. Bin schon direkt in der senkrechten. Das hatte ich noch nie. So, und dann gehen wir hin. In diesem Fall nehmen wir 18 Inch-Pounds für die Schräubchen der Oberschale. Also, man sagt so, zwischen 15 und 25 Inch-Pounds sollte man nehmen und ziehen diese dann überkreuz gleichmäßig an. So, haben wir sie erstmal handwarm beigezogen. Gucken wir mal, ob die Abstände der Ringe links und rechts soweit gleich aussehen. Das tun sie. Dann gehen wir hin, ähnlich wie beim Auto. Immer so ein bisschen Stück für Stück. Überkreuz gleichmäßig anziehen. Immer mit Gefühl. Wir arbeiten hier mit Präzisionsgeräten. So, jetzt muss ich in den Bereich kommen, dass das Drehmoment greift. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und das Glas ist montiert. Wie gesagt, ich werde noch Feintuning machen müssen. Ganz klar, steht außer Frage. Aber so wird letzten Endes ein Zielfernrohr auf ein Gewehr montiert. So mache ich es zumindest. Sagen wir es mal so. Das ist das Meopter Optica 6 5-30x56 auf der Mercury Sport Evo bzw. Sabati Tactical Evo Reckennagel, PSG-Ringe. Eine ziemlich gute Kombination. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eines. Schießen gehen. . . . . Vielen Dank.